Willkommen und hallo bei Einfach Singen Lernen. Wozu gibt es das erste Coaching for free? In erster Linie gibt es das für dich. Egal ob du Anfänger oder ein vorgeschitterter Sänger bist. Dich mit dem Sprechen im Alltag herumplagst oder mit Stimmproblemen zu kämpfen hast. Ich möchte dir die Möglichkeit geben herauszufinden, ob der kleine Mann der richtige Coach an deiner Seite ist oder auch nicht. In zweiter Linie mache ich das auch für mich. Ich möchte auch herausfinden, wer du bist, was du brauchst und ob ich es mir vorstellen kann, mit dir zusammenzuarbeiten oder auch nicht. Meine große Stärke ist es, auf dich persönlich einzugehen. In dieser ersten Session werden wir herausfinden, was dein Ziel ist und ich zeige dir die ersten Schritte dazu. Von mir bekommst du das notwendige Werkzeug, die passende Anleitung und wenn du es möchtest, mich als Wegbegleiter zu deinem Ziel. Bin ich der richtige Coach? Kann ich es mir vorstellen, mit dir zusammenzuarbeiten? Gerade deshalb gibt es das erste Coaching for free. Mein Name ist Andreas Häuser, ich bin Vocal Coach, wenn du es willst, bald auch deiner. Wenn du jetzt Bock hast auf dieses erste Coaching for free, entweder online via Skype oder hier in meinem Studio in Wien, dann schnapp dir den Link in der Wiederbeschreibung. Abonnier meinen YouTube-Kanal, den Newsletter auf meiner Homepage. Ich freue mich, dich bald kennenzulernen. Bis bald, dein Andi.